Oh, da ist schon wieder hier Gesuch. Ah, mal eben hier. So, nehmen wir den Creeper auch gleich mit. Ah, es wird hier so langsam, wird es hier echt. Aber die Bäume, die werden jetzt so langsam hier. Na, jetzt schon so eine herbstliche Atmosphäre. Auch schön, ne? Dem Bambus. Gut, okay. Ja, das muss ich dann nochmal nachschauen mit dem Tinkas. Das ist, ähm... Ah, das hat nicht hingehauen jetzt so auf die Schnelle. Pass mal auf, dann machen wir das so, dann werde ich das mit dem Feld jetzt trotzdem mal eben nochmal eben... Und dann machen wir jetzt auch nochmal eben zwei von denen. So, dass wir hier dann mal ein bisschen Strecke machen können. Weil ich würde mir hier doch eben noch ganz gerne ein Feld noch eben dran bauen. Ja, und ich meine, ich überlege gerade... Ich könnte doch auch ruhig eine Etage doch auch höher bauen. Da baue ich eine kleine Stufe dran. Und dann passt es. Das geht weg. Nee. Einer fehlt noch irgendwo. Da. So. Hm. So. Hm. Hm. So. Hm. Also. So. Jetzt würde ich mal eben die Schaufel nochmal eben hier aufbrauchen. So, dann können wir die Erde einsammeln. Na, fast. So, dann würde ich nämlich sagen, haben wir direkt hier in der Mitte Haus. Machen wir eine kleine Stufe hin. Habe ich noch Slaps dabei? Nö. Und dann würde ich so sagen, machen wir hier dann ein kleines Feld mit den anderen Gemüsesorten. Und vielleicht nochmal ein bisschen Weizen. Dann gucken wir mal noch Zaun da. Ja. So, dann brauchen wir jetzt mal nochmal ein bisschen Platz. Ich gebe es nochmal eine Kartoffel. Dann machen wir die einfach eine Etage höher. Und, ähm, wie sagen wir, haben wir hier einen kleinen Abstand. Vielleicht so. Und dann, ähm... Machen wir das irgendwie so breit. Machen wir hier die, das Wasser hin. So, vielleicht erstmal für den Anfang. Machen wir den Mittel... Machen wir nur noch von dem. Nö, haben wir nicht. Nö, haben wir noch... Nö, haben wir noch... Was haben wir alles verbraucht? Nö, das... Na gut, dann machen wir da... Na, gut, dann machen wir da... Na, machen wir da wieder Erde. Dann brauchen wir eine... Hacke und einen Wassereimer. Da brauche ich mir gleich mal... Zwei Stück. Ja. So. Und dann... So. Dann setze ich immer einen kleinen Brunnen an die Seite. So, jetzt habe ich die Hacke vergessen, aber es müsste eigentlich ausreichen um hier alle Felder zu speisen. Ich mache einfach mal hier, komm, ich mache jetzt einfach mal hier so diesen Weg hier und hier dann auch. Na, das geht gar nicht, ne? Nee, geht gar nicht. Egal. So, ne Hacke, da brauche ich wirklich eine aus Stein hier, da bin ich jetzt ein bisschen geizig. Kurz mal im Ablegen hier die Geschichten hier, den Lave-Eimer, den Eisenblock haben wir jetzt hier, noch in der Tasche hier, das Eisen immer noch, ein Kürbis, das Fleisch, die Blumen, das haben wir hier noch, die Tinker-Geschichten haben wir noch, ähm, Kohle und dann haben wir noch das und dann haben wir noch das. Die Kiste. So, dann bauen wir uns mal eben hier nochmal, äh, eine Hacke. Ah, ich glaube, wir brauchen zwei, ne? So, ist schon wieder Nacht, ne? Ja. Alles klar. So, ähm, wir haben zwei Hacken, wir haben jetzt hier noch von dem Cantaloupe Seeds, dann haben wir hier noch, Ich denke mal, wir werden einfach noch mal ein bisschen Weizen noch mal anbauen, und, ähm, Ähm, was wir nach Pump kennen, dann haben wir doch noch hier dieses Celery, ne? Wo war das denn jetzt noch? War das nicht oben drin? Wo ist denn das jetzt hingepackt? Ne, wo ist denn das hin? Ach, das habe ich draußen in der, äh, Genau, in der Gemüsekiste gelassen. So, ich werde gleich nochmal eine Runde ernten. So. So. Und dann packe ich mir hier mal noch den Weizen hin. Und hier auch. Gut, und hier mache ich dann mal hier diesen Kanterloop. Ein bisschen Licht machen hier. So. Habe ich da noch Platz? Ja. So. So. Einmal nochmal eben abgeerntet. Packen wir hier in die Kiste rein. Dann haben wir hier diesen Sellerie. Dann überlege ich mal kurz mal gucken. Ich habe hier Möhren, habe ich hier noch. Hier habe ich hier die rote Beete. Ah, die Kürbisse. Dann packe ich da jetzt nochmal Sellerie rauf. Dann schaue ich hier noch auf. 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 Dann schaue ich hier noch auf.